Ich war am Opernball und das Motto dort war so wie jedes Jahr, besser reich und schöner als arm und schier. Aber am besten, Sie sehen selbst. Macht Sie das eigentlich nervös, wenn Sie heute Abend mitten in Wien so viele ÖVP-Ler treffen? Naja, da können es ja sein. Es geht ja dann immer um die Gesamtheit und da bin ich zuversichtlich, dass das immer eine überschaubare Gruppe bleibt. Gehören Sie zu den sehr wichtigen Menschen hier oder nur zu den Wichtigen? Nur zu den Wichtigen. Ich bin eine der Dibetantinnen. Das ist deine Krone. Heute das erste Mal dabei? Beim Opernball schon, ja. Das heißt, Sie werden den Opernball typieren? Dibetieren, oder? Dibetieren, ja. Und wie sind Sie gerade auf den Look gekommen für heute Abend? Naja, schauen Sie, das ist Orange und das ist eine sehr seltene Farbe, obwohl es eine wunderschöne Farbe ist und muss man den Schmuck dazu haben, sonst braucht man es gar nicht tragen. Einfach als Statement gegen den Schönheitswahn. Das waren Sie wahnsinnig. Ich bin der Schönheitswahn. Aber wer sind Sie? Man muss Sie wahrscheinlich kennen, irgendeinen Wichtiger. Man muss ihn nicht kennen. Man muss mich nicht kennen. Das ist ja. Es ist ja so, dass die Organisatorin des Opernballs, Maria Großbauer, ihr Amt heuer abgibt, wenn sie den Posten übernehmen. Gerüchte gab es dazu schon. Das Angebot war noch nicht gut genug. Natürlich, Sie sind von der Wirtschaftskammer, Sie wollen eigentlich Kohle sehen. Ja, genau. Heute treffen sich hier die Reichen und die Schönen aus Ihrer Sicht. Was spricht sonst noch gegen das Ereignis? Ähm, das ist, ähm, Herr Professor Sobotka. Der Hofrat, bitte. Sind Sie kein Professor? Das war ich einmal. Achso, die ganze Regierung, die geben Sie da ständig da an irgendwelche Orden, dass Sie den Professor ausgehen, oder? Nein, schauen Sie, ich war eine Hofrat schon. Viele Leute heute sind ja so aufgeregt, dass Sie, mein Herr, Ihre Langeweile vergessen hätten. Was hätten Sie vergessen? Ihre Langeweile. Ja, wir nicht. Wir haben Sie mit. Sie haben die Langeweile mit, dann wünsche ich Ihnen einen faden Abend. Danke. Danke. Es ist ja oft einmal nicht so leicht, Ihrem Gesicht zu entnehmen, aber freuen Sie sich, dass Sie heute Abend hier sind? Ich freue mich unglaublich, dass ich hier bin. Was hat Ihnen denn das Sebastian Kurz aufgetragen, das Sie heute sagen müssen? Ich habe keine Aufträge, es ist einfach, heute auch zu repräsentieren und die Bilder in die Welt hinaus zu schicken. Schimmt es Sie, dass Sie so ähnlich sind wie Twitter, ein Kurznachrichtendienst? Schönen Abend erklärt. Gibt es vielleicht ein Nacktfoto von der Arnella Mutti, das Sie in die Kamera zeigen wollen? Na, sicher nicht. Sie haben so eine schöne Militäruniform, darf ich davon ausgehen, dass bei Ihnen im Kostümverleih keinen Frag mehr zu haben war? Nein, das stimmt nicht. Weil ich gesehen habe, dass Sie relativ unbestückt sind, es sind doch die meisten Leute heute Abend wieder in Ordnung unterwegs. Jawohl, nur meine gute Frau hat es nicht eingepackt. Ist da was für Sie dabei? Na ja, es kommt drauf an. Vielleicht kommen wir ins Geschäft, schauen Sie mal. Ich habe ein bisschen was dabei. Aha. Wie tät Ihnen das vor? Das schaut ein bisschen russisch aus. Aber einen Hunder, da möchte ich es schon haben dafür. Okay, machen wir. Herr Lugner, Sie haben ja heuer sehr viel gefreut gehabt mit den verschiedensten Damen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Alles schlampen außer Mutti. Na, schlampen will ich nicht sagen. Es geht um ein Thema, das in Österreich recht intensiv diskutiert wird. Ja. Wenn Sie so lieb sind, die Kamera ist hinten. Ja, bitte. Ein Thema, das im Augenblick sehr intensiv diskutiert wird. Die Mehrheit spricht sich dafür aus. Wir sammeln Unterschriften für die Millionärsteuer. Möchten Sie unterschreiben? Nein, ich glaube, das ist eine falsche Orientierung. Ah ja. Welche Steuer? Millionärsteuer. Schreibt er nie nichts. Nein, danke. Ich mag weder die Unterschrift geben noch darüber diskutieren. Nein, da schreiben wir nichts. Dankeschön. Also, ich habe gelesen, dass die Frau Mutti im Vergleich zu ihrem bisherigen Stargästen der billigste Gast überhaupt ist. Heißt das, man darf im Ausverkauf die Nerven nicht wegwerfen? Das lehne ich ab, über Sie als Billigste zu reden. Ach so. Nein, so lasse ich mich vom... Nein, nein. Sie verarschen meine Gäste und das können Sie mit mir machen, aber nicht mit... Nein, nein, so würde ich das nie zu Ihrem Gast sagen. Nein, nein. Vielen Dank.